John Crew, der leitende Vehicle Director und David Coulson, der leitende Physikprogrammierer, stellen uns das neue Flugmodell vor. Für die Arbeiten am Flugmodell blickt CRG auch zurück auf die alten Builds, wertet aus, was gut funktioniert hat und was weniger gut funktioniert. Das Ziel ist ein reaktives, wie David es nennt, systemisches Flugmodell. Das heißt, neben einem gewissen Grad an Realismus, dass man zu jeder Zeit fühlen können soll, was mit dem Schiff los ist, wenn Systeme z.B. ausgefallen sind, wenn das Schiff beschädigt ist und natürlich sollen auch die Energieversorgung und Treibstoffzufuhr das Flugmodell beeinflussen. Aktuell gibt es das alles noch nicht. Darüber hinaus soll sich jedes Schiff anders fliegen lassen. Man ist also mit einem Schiff vertraut und weiß, wie man damit Kämpfe gewinnt. Dann soll das mit einem anderen Schiff nicht der Fall sein, da es ein komplett anderes Flugverhalten zeigt. Die Schub- und Manöverdüsen sollen unterschiedliche Stärken haben, sodass eine Änderung der zugrunde liegenden Werte umgehend Änderungen des Flugmodells nach sich zieht. Es folgt eine kleine Demo, bei der mir sofort auffällt, dass die Gladius wie ein Düsenjet in der Realität zwar die Nase nach oben zieht, das Schiff aber von seiner Masse und Geschwindigkeit anfangs noch ein wenig in die bisherige Flugrichtung gezogen wird, bevor es dann in die neue Richtung abdüsen wird. Ein ähnliches Phänomen können wir hier bei der Aurora sehen. Das Schiff lenkt zwar nach rechts, wird aber durch Masse und Geschwindigkeit noch einen Augenblick lang weiter in die vorherige Flugrichtung gezogen. Weiter geht's zu den Neuerungen der Schubdüsenfunktionen. Es ist bis dato so, wenn man den Schub rausnimmt, dass das dementsprechend sofort den Schub vom Schiff nimmt. Das heißt, dass das Schiff langsamer wird und man irgendwann zum Stehen kommt. Das wird sich neben vielen anderen Aspekten zukünftig ändern. Und darauf nehmen John Crew und David Coulson, insbesondere David Coulson, in den nächsten Abschnitten Bezug. Als erstes gibt es einen Unterschied im Coupled und Decoupled Modus. Man hat unten im Display einen Punkt, an dem die Zielgeschwindigkeit gesetzt ist, die man durch die Funktion Match Target Velocity, also die Übernahme der Geschwindigkeit des Ziels, definiert hat. Im Coupled Mode ist das IFCS-System nun ständig bestrebt, diese Geschwindigkeit zu erreichen. Im Decoupled Mode tut sie das nicht. Die nächste Neuerung betreffend des Schubs ist, dass das Schiff physikalisch korrekt im Weltraum weiter in der Geschwindigkeit fliegt, die dem zuvor genutzten Schubpegel entspricht. Fliegt man also mit 100 Meter pro Sekunde in eine Richtung und setzt dann den Schub zurück auf Null. So war es bisher so, wie ich gerade schon angedeutet habe, dass das Schiff nach und nach langsamer wurde und irgendwann zum Stehen kam. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Das Schiff würde nun quasi unendlich in die gegebene Richtung mit der gegebenen Geschwindigkeit fliegen, solange man nicht Gegenschub gibt anhand der sogenannten Retro Thrusters. Den Afterburner mit seiner ersten und zweiten Stufe gibt es nicht mehr. Man drückt also nicht mehr den Afterburner, sich inständig fragend, wann man denn nun den Cruise-Modus erreicht hat. Anstattdessen nutzt man nun den Boost, der der neue Afterburner ist. Man drückt also Shift und erhält einen kurzen oder längeren Schub, je nachdem wie viel zusätzlichen Sprit man verbrennen will. Das Nutzen des Afterburners hat also jetzt deutliche, vielleicht auch schmerzhafte Konsequenzen, wenn man sieht, wie der Treibstoffvorrat im gleichen Atemzug sozusagen verbrannt wird. Aber wie gelangt man nun in den Cruise-Modus, also den Reisemodus? Nun, das ist einfach. Man beschleunigt so lange, bis das Schiff seine Maximalgeschwindigkeit erreicht hat. Kappelt oder dekappelt. Das ist dann die Reisegeschwindigkeit. Es gibt eine weitere kleine Änderung. Wenn man den sogenannten Safe Maneuvering Speed überschreitet, also die sichere Manövriergeschwindigkeit, dann limitiert das IFCS die Schubkraft der Manövrierdüsen. Das soll vermeiden, dass man versehentlich das Schiff dreht und trotzdem Meilen um Meilen weiter geradeaus driftet. Im dekappelt-Modus werden die Manövrierdüsen nicht limitiert. Aber wann haben wir eigentlich diesen Punkt des Safe Maneuvering Speed überschritten? Woher wissen wir, wann das IFCS anfängt, unsere Manövrierdüsen zu limitieren? Dafür gibt es einen neuen Knopf auf unserer Tastatur bzw. Stickbelegung und der nennt sich SCM Safety. Wenn der aktiviert ist, verhindert diese Option, dass wir über diesen Geschwindigkeitspunkt drüber kommen und in den Cruise Speed Bereich gelangen. Wenn aktiviert, sieht man links im UI in der Benutzeroberfläche zwei Dreiecke. Das ist der Geschwindigkeitsbereich, in dem unser Raumschiff nun gehalten wird. Diese Option ist als Grundeinstellung aktiviert. Jetzt kommt ein Einwurf von John Crew, der wiederum sagt, dass es kein harter Limiter ist, sondern eher als Anzeige zu verstehen. Das verwirrt mich jetzt, weil das konträr ist zu der ersten Erklärung. Ist es nun ein Limiter oder ist es nur eine Anzeige? Ich bin mir hier unsicher. Ich kann also nicht mit letzter Sicherheit sagen, wo die Wahrheit liegt, aber vielleicht hat das einer von euch ja verstanden und kann hier für Aufklärung sorgen. Wie wird das System nun reaktiv und systemisch gestaltet und was bedeutet das eigentlich? IFCS und Schubdüsen sind nun voll integriert. Item 2.0 funktioniert, das heißt Energie, Treibstoff, Hitzeentwicklung, all diese Parameter sind einzustellen und beeinflussen das Schiff. Die Manöverdüsen basieren auf Wasimir Maschinen wird uns erklärt. Wikipedia klärt auf. Wasimir ist eine Variante des Magnetoplasma-dynamischen Antriebes und wird von dem US-Unternehmen Ad Astra Rocket Company entwickelt. Die Variable Specific Impulse Magnetoplasma Rocket, Abkürzung für Wasimir, ist ein elektromagnetisches Triebwerk und das befindet sich wirklich in unserer realen Welt in der Entwicklung, für den möglichen Einsatz im Antrieb von Raumfahrzeugen. Es nutzt Radiowellen, um ein Triebemittel zu ionisieren und zu erhitzen. Dann beschleunigt ein Magnetfeld das entstehende Plasma zur Erzeugung von Schub. Das ist dann der Plasma-Antriebsmotor. Wasimir könnte somit perspektivisch eine deutlich höhere Effizienz haben als herkömmliche Raumschiff-Antriebe. Also wie gesagt, daran forscht man noch an dem Thema. Und daraus folgt, dass die Reisezeiten beim Anflug innerhalb eines Sonnensystems von Monaten reduziert werden können auf Wochen. Man hat hier Reisezeiten zum Beispiel kalkuliert von der Erde zum Mars, für die man im Moment 180 Tage unterwegs wäre und mit diesem Wasimir-Antrieb könnte das auf 39 Tage verkürzt werden. Entschuldigt bitte meine Stimme, ich bin ein bisschen heiser, aber ich hoffe trotzdem, dass wir noch gut durch das Thema durchkommen. Diese also real auf unserer Erde existierende Technologie nutzt CRG, um Schub, Energie und Verbrauchswerte für ihre virtuellen Raumschiffe zu berechnen. Es ist somit ein systemisches, glaubwürdiges System. Zur Demonstration wird das Freelancer-UI eingeblendet, wo man sehen kann, dass jede Schubdüse nun seinen eigenen Energiewert hat, der jeweils separat verändert werden kann. Wenn man das Schiff bedient, kann man sehen, wie viel Energie gerade bei den einzelnen Schubdüsen anliegt. Je nachdem, wie viel Schub man gibt, beeinflusst dies die Hitzeentwicklung. Heißt im Umkehrschluss, dass, wie bei unseren PCs eigentlich, ein Underpowering, Undervolting, Underpowering die Hitzeentwicklung dementsprechend begrenzt oder reduziert. Später wird das auch den Verschleiß der Schiffskomponenten beeinflussen und damit die Wartungszyklen. Im Zweifelsfall bei einer dauernden Überlastung der Komponenten kann es diese auch zerstören, sodass diese Komponenten dann komplett ausfallen und ersetzt werden müssen. Was passiert, wenn die Schubdüsen zu schlecht gewartet sind oder zu intensiv überlastet, bekommen wir hier anhand der Aurora gezeigt. Die Düsen funktionieren nur noch partiell und es wird ein Glücksspiel, ob wir es zur nächsten Cryastro-Station schaffen oder den ADRC, den Allgemeinen Deutschen Raumschiff-Club, anfunken müssen. Es sei aber auch gesagt, dass man später bessere Komponenten für sein Raumschiff kaufen können wird, die dann eine höhere Leistung gewähren oder längere Wartungszyklen haben, sprich belastbarer sein werden. Unter dem Strich heißt das, dass man sorgfältig mit seinem Schiff umgehen sollte und Hitze und Geschwindigkeit im Auge behalten. Als nächstes wird eine Schubdüse einer Freelancer zerstört bzw. schwer beschädigt. Das hat zur Folge, dass das Schiff wesentlich langsamer vorwärts kommt, die Schubleistung also reduziert ist. Wenn man natürlich das gesamte Antriebsaggregat zerstört, dann setzt das betroffene Schiff fest, kann sich also aus eigener Kraft nicht mehr bewegen. David Coles und John Crew und ihre Teams haben, um dieses systemische Gameplay simulieren zu können, sämtliche Schiffswerte überarbeitet und neu ausbalanciert. Das bedeutet nicht, dass sich die Schiffe signifikant anders fliegen. Bei vielen werden die Änderungen gar eher subjektiv sein. Allerdings bietet dies nun kommende System eine wesentlich höhere Komplexität und Systemik, wie sie es nennen, bei der Steuerung eines Schiffes und dem Management der zur Verfügung stehenden Ressourcen. All die Auswirkungen dieses Gesamtpakets der Änderungen werden uns als nächstes anhand verschiedener Schiffe gezeigt. Resümee von David ist, dass das Flugmodell jetzt definitiv herausfordernder, schwieriger ist, aber dass es auch authentischer ist und näher an der Realität. Der Vorteil ist, dass eine Aurora, die Aurora ist immer noch ein Starterschiff, das sollte man im Hinterkopf behalten, zwar eine Hornet kaum vom Himmel holen können wird oder aus dem Weltraum holen können wird, allerdings hat sie nun Vorteile im Weltraumflug. In puncto Flugeigenschaften ist wesentlich agiler und kann Haken schlagen, im Gegensatz zu einer Hornet, die nicht ganz so agil ist und eher zum Driften neigt. Anschließend wird noch das Programm, das Tool vorgestellt, mit dem sämtliche Werte der Raumschiffe definiert und angepasst werden können. Zum Ende hin wird das Atmosphärenflugmodell präsentiert, wo gezeigt wird, dass man nun Hub- und Senkmechanismen implementiert hat. Man kann sein Schiff also nun mit Nachbrenner sozusagen gerade ziehen. Das Flugmodell berücksichtigt nun auch Gravitationseinwirkungen von Planeten und Monden auf das Raumschiff, was wiederum im ungünstigen Fall im Blackout enden kann. Da die hier gezeigte Gladius einem unserer Flugzeuge oder Düsenjets hier in der Realität am nächsten kommt, ist das Flugmodell auch sehr angenehm. Ganz anders bei dem fliegenden Backstein, der Aurora. Unter Einfluss der Oberflächenwinde ist man in diesem Schiff, in dieser Demo anfangs gar nicht, dann später eingeschränkt, fähig das Raumschiff um die eigene Achse zu drehen. Generell fliegt sie sich sehr ruppig im Atmosphärenflug. Zur Stabilisierung müssen die Manöver und Schubdüsen Höchstleistung bringen, was in höherem Treibstoffverbrauch resultiert. Als nächstes kommt ein sehr interessanter Punkt, der aber von David und John Crew nicht vertieft wird. Und zwar sagen sie, dass man mit Raumschiffen, die über Tragflächen verfügen, wie die Gladius eben, die Schubdüsen im Zweifelsfall abschalten kann und gleiten können wird in der Atmosphäre. Was heißt das konkret? Das heißt doch, dass man unsichtbar sozusagen im Stealth-Modus gleiten kann, ohne Signaturen oder der Möglichkeit, das betreffende Raumschiff anfliegen hören zu können. Das dürfte also gerade für Eclipse-Besitzer eine höchst spannende Information sein. Anschließend wird auch noch erzählt, dass sämtliche Audioeffekte aller Schub- und Manöverdüsen aller Schiffe überarbeitet worden sind. Außerdem hat man, wie gesagt, am Decoupled-Modus gearbeitet, sowie sich um die Dualstick-Nutzer gekümmert und nicht zuletzt die Flug-KI-Systeme weiterentwickelt und die zugrunde liegenden Berechnungen optimiert, sodass unsere CPUs weniger belastet werden. All das wird, plan heute, mit 3.4 Einzug ins Wirs finden. Also an Langeweile leiden die Jungs dort nicht. Zuvor wird noch bis zum Release von 3.4 bzw. während der Arbeiten an 3.3 noch an den Hoverbikes gearbeitet, notwendige Netzwerkkomponenten, ISP und Flugkontrollen, Verbesserungen an den Benutzeroberflächen sowie dem Lande- und Docking-System weitergearbeitet. Und das war's mit diesem zwar nicht so aufregenden, aber doch sehr interessanten und spannenden Vortrag zu den Neuerungen des Flugmodells.